Ich sag guten Morgen, liebe Leute. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, weil wir sehr früh heute starten. Eine kleine neue Episode beginnt, denn ich bin für die nächsten Folgen jetzt erstmal nicht alleine. Hier unten, da steht noch ein anderes Auto. Ja, was könnte das sein? Das ist nämlich ein Ubersbuch-Hanker. Andreas fährt mit mir zu ein paar ziemlich geilen Orten. Also wir werden halt ein zweites Fahrzeug wahrscheinlich benötigen, weil oben in den Bergen halt Schnee liegt. Mit Schneeketten etc. wo ich mit meinem Auto nicht hin kann. Ich mache jetzt für alle nochmal Kaffee und Tee hier am Morgen und dann fahren wir langsam los und dann geht es in die Berge. Wahrscheinlich als erstes in ein tschetschenisches Dorf, aber das lassen wir nachher gleich mal Andreas erklären. So, das Auto läuft. Der Uhr, der wird auch gleich angemacht. Wir fahren jetzt gemeinsam erstmal zu einer Bärenstation. Dort werden da gefangene Bären aufgepäppelt wieder und in Freiheit entlassen. Ich habe jetzt noch ein Mikrofon gekriegt, dass wir uns unterhalten können unterwegs. Jetzt nochmal durch die Stadt, weil morgens um neun in Tbilisi noch nicht so viel los ist. Ansonsten würden wir nicht durch die Stadt fahren, weil es ist einfach ultra viel Verkehr hier. Das ist der Wahnsinn. Aber braucht man nicht, gar kein Problem. Wir können jetzt einfach unten langfahren. Wer also ein tiefes unterwegs sein möchte, muss das frühmorgens tun, sehr spät abends oder mittags. Wir fahren jetzt raus aus der Stadt. Es ging jetzt zügig über die Pisten Georgiens. Angekommen. Und wer bist du? Andreas, grüß euch. Und du machst ja normalerweise Touren und Buchanka-Vermietungen hier in Georgien, richtig? Genau, wir sind Spezialisten für Selbstfahrerreisen hier im Kaukasus. Wir kennen auch den Nordkaukasus sehr gut, aber wir sind jetzt in Georgien. Und wir vermieten Uaz-Buchanka für alle Leute, die gerne Georgien abseits der ausgetretenen Pfade kennenlernen. Falls ihr einen Uaz-Buchanka euch mieten wollt mit einer schönen Tour, dann verlinke ich euch das einfach einmal unten. Wir werden jetzt Tiere füttern. Ja, vor allen Dingen, jetzt haben wir auch ordentlich was dabei. Gerade gekauft. Ja, also das ist ein Paulsen-Mittagessen, aber das da bekommen wir die Tiere. Da kann ich tatsächlich so eine Möhre nehmen. Ich liebe die. Wir sind zu den Bären gefahren, weil Andreas mal schauen wollte, wie das hier alles momentan so ist. Der stellt ja immer für seine Besucher die Routen zusammen und ob er das hier empfehlen kann. Denn so Bären-Geschichten, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Geht's denen gut, geht's denen nicht so gut? Und diese Bären hier, die wurden irgendwo mal eingesammelt in Hotels oder Restaurants. Weil früher war das hier ein bisschen witzig, wenn sowas in irgendeinem Laden war. Und das hat dann irgendwie die Gäste unterhalten. Die Zeiten sind vorbei, die georgische Regierung hat das verboten vor ein paar Jahren. Und die Tiere mussten dann da weg. Und wo sollten sie hin? An so einem Platz hier. Die jungen Bären, die kann man wieder auswildern in ihren ersten Jahren. Das funktioniert scheinbar. Aber bei den Älteren, die müssen für immer hier bleiben. Und dementsprechend ist es eigentlich auch mal ganz wichtig, dass hier ein paar Besucher hinkommen. Dass sie hier auch ein bisschen Kohle kriegen, dass sie diese ganzen Bären hier füttern können. Also für georgische Verhältnisse geht's ihnen hier eigentlich ganz gut. Auch wenn es natürlich immer schade ist zu sehen, dass so wilden und großen Tiere irgendwo hinter Gittern sind. Also sie versuchen hier echt ihr Bestes, dass sie die wieder auswildern können. Aber für die Erdenbären, sie werden ihr Leben lang hierbleiben. Hier sind jetzt die Bären. Kriegen die auch was davon? Ja, freilich. Das wird brüderlich geteilt. Ich habe nämlich auch eine Möhre. Also gerade Fütterungszeit. Da sind wir natürlich mit unserem Gemüse auf verlorenen Posten. Welcher von euch ist unser Zirkusbär, der klatschen kann? Du? Ich habe hier aufstehend ein Fundstück gemobbt, aber ich weiß nicht, ob du das da oder da. Ich glaube, es ist auch noch ein Dienerloch. Oh nein, schade, komm her. Jupp. Und da. Ja. Hier sind jetzt die gesundheitsbewussten Bären, gell? Kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber du hast ja gerade dein Fleisch gekriegt. Da oben kann man sich auch nochmal in seinen Airbnb einmieten, dass man hier morgens immer die Bären sehen kann und füttern kann. Mich würden die Hunde da drüben ein bisschen stören, weil die werden wahrscheinlich die ganze Nacht bellen. Aber wie ich in der Vergangenheit gelernt habe, die Arga, die stört es ja nicht so richtig. Also immer wenn wir irgendwo bei anderen Leuten waren, die an die Hunde gebellt haben, das hat die immer gar nicht genervt. Ich kann da nachts kein Auge zumachen bei sowas. So, die erste Station mit den Bären und Wölfen, die haben wir jetzt abgehakt. Jetzt geht es weiter zum tschetschenischen Dorf. Andreas hat da gerade schon angerufen. Bevor wir jetzt weiterfahren ins Pankisi-Tal zu den Tschetschenen, möchte ich euch nochmal auf eine kleine Sache hinweisen. Und da kommen wir zu unserem Partner des heutigen Videos. Ich bin ja auch mit Andreas unterwegs, weil wenn wir dorthin fahren, die Leute ja Tschetschenisch sprechen, vielleicht auch Georgisch. Aber viele von den Menschen hier, die sprechen auch Russisch. Und Russisch ist eine Sprache, die kann ich schon, sagen wir Tschutschut, also ein klein bisschen, aber noch nicht sehr gut. Um wirklich dann mit der Kultur in Kontakt zu kommen, ist es einfach wichtig, dass man die Sprache spricht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall in den Kopf gesetzt, besser Russisch zu lernen. Und dafür werde ich in Zukunft Rosetta Stone benutzen. Das ist eine App, mit der man Sprachen lernen kann und die nutzt eine sehr interessante Vorgehensweise. Im Gegensatz zu anderen Apps lernt man bei Rosetta Stone keine Vokabeln, sondern man macht es wie im echten Leben. Man sieht ein Bild, hört die Aussprache, sieht die russische Übersetzung davon und lernt auf diese Art und Weise. So, jetzt testen wir das einmal ganz kurz aus in der App. Die Lektionen sind relativ kurz und lassen sich gut in den Alltag integrieren. Und jetzt testen wir das einmal ganz kurz. Und am Anfang dachte ich dann, das ist es jetzt. So auf diese Art und Weise lernt man, aber dann irgendwann macht es halt Klick und man versteht, ja klar, visuell zu lernen ist für mich halt natürlich viel besser. Also kann ich mit der App von Rosetta Stone ganz intuitiv meine Sprache lernen und ich kann die Sachen zusammenhängend verstehen. Und mit der Zeit versteht man dann wirklich, was die Leute sagen. Es gibt jetzt momentan ein mega Angebot von Rosetta Stone und zwar den Lifetime Access. Wenn du über meinen Link unten in der Videobeschreibung bei Rosetta Stone dein Lifetime Access mit allen Sprachen, die sie haben, bestellst, kannst du bis zu 50% sparen. Falls euch das Angebot von Rosetta Stone nicht gefällt, könnt ihr 30 Tage lang euer Geld zurückbekommen. Und das ist dann alles in dem Falle risikolos. Wir machen jetzt weiter mit unserer Reise. Ich wünschte, ich hätte Rosetta Stone schon ein bisschen früher gefunden, weil dann würde ich jetzt wahrscheinlich besseres Russisch sprechen und könnte tiefer in die Kultur eintauchen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal hier 60 Kilometer durch die Berge. Das würde bestimmt zwei Stunden dauern, weil es sehr, sehr kurvig ist. Mit meinem Auto dauert es ja sowieso immer ein bisschen. Wir haben hier einen georgischen Stau im Moment. So kann das laufen. Ganz traditionell. Unsere Reise führt uns jetzt in das sogenannte Pankisi-Tal zu den letzten Tschetschenen Georgiens. Über die Berge kam noch lange die Volksgruppe der Kisten nach Georgien, die sich hier angesiedelt haben. Heute noch 7000. Ich muss hier ein bisschen mit der Kamera aufpassen, denn gerade die tschetschenischen Männer mögen das nicht immer. Hier ist schon die erste Moschee. Also wir sind in einem islamisch gefickten Gegend, die Männer tragen Bart und die Frauen dann auch wieder Kopftuch. Wir sind ja auf Erkundungstour. Wir machen eben Selbstfahrerreisen hier im Kaukasus. Und ein wichtiges Standbein unserer Reisen ist natürlich, dass man mit den Einheimischen Kontakt hat, dass man die einheimische Kultur erlebt, dass man die einheimische Handwerke erlebt. Jetzt wird es hoffentlich lecker. So, wir sind jetzt hier bei einer tschetschenischen Familie zu Hause eingeladen. Und jetzt gibt es tschetschenisches Essen. Gehen wir mal rein. Und da gehen wir jetzt was Feines zu essen. Die spricht nur Russisch. Deswegen müssen wir gucken. Also ich verstehe ein bisschen Russisch. Andreas versteht ja sowieso fließend Russisch. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir da jetzt gleich kriegen. Was Leckeres. Schuhe aus, wenn es rausgeht. Also wir machen jetzt den Teig. Da braucht man kräftige Hände. Den hat es mir anvertraut, hat es gemeint. Und es ist der gleiche Teig für die tschetschenische Spezialität. Und für die Chinkali. Also Tsenato hat mir ein bisschen erzählt über ihre Familiengeschichte. Dieses Tal, wo wir sind, wird eben schon seit zwei Jahrhunderten, über zwei Jahrhunderten von Tschetschenen bewohnt. Aber ihre Familie ist erst mit Ausbruch der Tschetschenienkriege über die Grenze gekommen. Sie hat dann hierher geheiratet. Und jetzt ist die ganze Familie hier im Tal. Und sie hat auch zuerst gesagt, dass eben die Tschetschenen, egal wo sie halt hinkommen, ins Ausland und hin und her, trotzdem halt im Sommer zurückkommen und auch innerhalb von ihrer Volksgruppe normalerweise heiraten. Dass eben die Traditionen an einem Leben erhalten werden, die Sprache. Das ist jetzt lecker. Brennt es, oder? Mhm. Brennt aber gar nicht. In Georgien ist das Nationalgericht Kringali. Die gibt es hier bei den Tschetschenen auch, nur mit ein bisschen anderer Füllung. Kürschel. Da, da. Fest andrücken. Fest andrücken. Nee, oder besser. Okay. Ich muss neu probieren. Ich wusste gar nicht, dass es so kompliziert. Zweiter Versuch. So, dann dritten. Wird schon besser. Ich will es mal so hinkriegen, wie hier. Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. Maslow. Und Rukami kuscheln. Und Kali isst man mit den Händen. Nach einer vollwertigen Mahlzeit geht es gleich zum nächsten Gericht über. Das sind Kali, ja? Und das sind... Wie ist das Blut? Was? Das Blut. Ah, Gigi Kalnisch. Gigi Kalnisch. Und das ist schon so etwas? Gigi Kalnisch ist das Fleisch, das ist so etwas. Das ist schon die Nachspeise, oder die zweite? Das ist die Hauptspeise. Das ist die Hauptspeise. Das müsste jetzt aber auch sein Rind wahrscheinlich. Ja, genau. Schweinwurst hier und jetzt Finken. Also mal tunkt hier in die Sauce. Auch schon wieder so eine Riesenportion. Ich bin offiziell schon richtig satt, aber jetzt gibt es noch eine Nachspeise. Eine Füllung aus Kürbis mit Kürbischmiss. Kürbischmiss mit Honig, gefüllte große Teigtasche mit Butter überstrichen. Also wir haben erklärt, das ist Rabak. Rabak. Tschirbelisch. Wir haben jetzt auf jeden Fall fürstlich gespeist. Ich bin schon am Tisch schon fast eingeschlafen. Wir saßen ja da noch ein ganz bisschen. Und jetzt haben wir gerade noch gefragt, ob wir ein bisschen Holz kriegen können. Trockenes Holz. Trockenes Holz. Genau, es regnet ja draußen. Und die Batterien sind bei mir fast alle. Also die Nacht wird schon schwierig. Und es ist einfach scheiß Wetter, dass man heute Abend mal den Ofen anmachen kann. Ist das schwer? Ja, da ist schon ein bisschen was drin. Also wir haben einen super Zunder bekommen, den werden wir testen. Ich bin selber gespannt. Ich habe noch nie mit Maiskolben eingeheizt. Nee, ich auch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Mal gucken, wie lange das brennt vor allen Dingen. So, wir sind jetzt raus aus dem Haus und suchen uns jetzt gerade einen Stellplatz. Es wird nämlich langsam dunkel. Und überlegen, ob wir da hochfahren. Aber es ist verdammt steil. Es ist sehr, sehr steil. Und es regnet natürlich auch zusätzlich. Und heute Nacht soll es noch mehr regnen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Alle mit dem Uhr, jetzt fährt er mal vor. Und dann guckt er mal oben, ob wir überhaupt stehen können. Der Profi lässt natürlich Luft aus den Reifen. Ja, aber nur, weil wir vermutlich morgen noch einmal auf die Berge ausgefallen. Fahrt sich einfach viel besser mit weniger Luft. Und keine Uhr. Go, go, go. Schafft es, glaube ich. Das sieht man nicht von der Kamera, aber der kämpft und kämpft und kämpft da oben. Mal gucken, ob er es schafft. Auf dem frühen Abend noch so ein kleines Abenteuer. Ja, ja. Es ist noch mal ein bisschen Luft abgelassen. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr rutschig hier. Also ich versuche mal, mit der Kamera nachzustellen, wie steil das ist. So, dass das für euch quasi den gleichen Effekt hat. Also ungefähr so. Und jetzt dabei natürlich so viel Schlamm, der hier ist. Warte, warte. Ja, das funktioniert gut, aber wird halt mühsam sein, bis wir unten sind. Aber das passt so eigentlich gerade. Aber hier wird es jetzt weniger schlammig. Schiebe es eher den Schlamm selber runter. Ja, schauen wir, dass eben der Spur drehen bleibt. Genau, genau. Also sieht alles gut aus. War jetzt leider schon dunkel. Ich bin völlig durchnässt. Die Kamera ist sau dreckig. Und ich musste dann leider die Kamera zur Seite legen. Tut mir leid, dass ich das nicht mit euch zusammen machen konnte. Man sieht hier noch ein paar Endspuren hier vorne. Der Buchhanker ist runtergerutscht wie Sau, aber wir haben es geschafft. So, als kleine Aufheiterung nach der Aktion haben wir jetzt den Ofen angeschmissen. Ein bisschen nasses Holz hier draufgelegt zum Trocknen und zum Anfeuern. Das, was wir gerade von unseren tschetschenischen Freunden geschenkt gekriegt haben. Aber so richtig geil brennen tun die bisher noch nicht. Wir haben uns jetzt mal richtig vollgehauen. Gucken, was passiert. Wir haben uns jetzt mal hier in das tschetschenische Dorf gestellt. Was Andreas jetzt momentan machen muss, der muss erstmal an seinem Buchhanka ein bisschen rumbauen. Das ist ja der klassische Weg, den man da so geht, wenn man so ein Fahrzeug hat, dass man da immer mal was machen dran muss. Und genau das passiert jetzt auch gerade. Der Buchhanka-Fahrer ist gut ausgestattet mit Werkzeug, weil er kann es manchmal gebrauchen. Wir brauchen aber nur ein ausgebranntes Birnlwechsel. Ist ja ein neues Fahrzeug, da gibt es so kleine Probleme. Aber kommt zu mir her, ja. Also alle, die für eine ausgebrannte Birne in die Werkstatt fahren müssen, Buchhanka eins, zwei, drei Schrauben und fertig. Da reicht der normale Philips-Schraubenzieher. Jetzt wird das Problem sicherlich gleich wieder beheben. Ach ja, siehste. Die ist kaputt. Leuchtet wieder. Wieder eins. Super. Repariert. Da ja die nächsten Tage sehr schneereich werden sollen, dann üben wir jetzt einmal Ketten anlegen, dass ich das dann auch mit gut machen kann. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist im Gegensatz zu meinem großen Fahrzeug ein kleiner Sack für Ketten. Ja, 8 Kilo wiegt eine, ja. Eine? Eine, ja. Hast du jetzt da gerade 36 Kilo, so? Nein, sonst ist dann nur drei Ketten. Also, ich dachte schon, zack, mit einer Hand. Weil, jetzt sage ich dir noch was, ja. Wenn man die Ketten dann sowieso im Auto mitführt, ja, man kann es nämlich ganz super zu einer Kettelbäll verwandeln, ja. Aha. Und was machen wir damit? Sport? Zum Trainieren. Kettelbäll, Kettelbäll, ja. Und da kannst du es dann einstellen. 8 Kilo, 16 Kilo, 24 Kilo, je nachdem wie man es haben will, ja. Deswegen ist der auch eine extra. Was wir auch noch dabei haben sollten, sind kleine Handschuhe und irgendeine ordentliche Jacke. Was zum Glück machen. Ja, weil man sich unter das Auto reinlegen muss, ja. Die Leiterketten, die sind halt wirklich nur so und so. So gerade, ne? Und die sind halt billiger, weil sie billiger zum Herstellen sind. Aber, wie gesagt, für Hofrat würde ich so Diamantenketten nehmen. Ich dachte kurz, da ist Diamant drin, aber das ist halt nur die Form. Kommen wir mal einen halben Meter, damit die Ketten eben auf der anderen Seite sind. Auch fährst du ein Stück, dann richtet sie sich selber ein und dann machst du es fester, ja. Kann man dann irgendwas falsch machen, dass da irgendwas kaputt gehen kann? Ich meine, das Schlimme, also das, dass du es irgendwie nicht ordentlich zumachst und dann während der Fahrt löst sich halt die Kette irgendwie und wickelt sich um die Achse oder so. Aber das kündigt sich meistens mit Geräuschen an, ja. Also wenn du Ketten drauf hast und komische Geräusche beginnen, dann stehen bleiben und checken. Machst du das? Was? Ja, das gibt es bei deinem Auto auch nicht. Ja, das ist bei den neuen Oas der Azorber. Das ist da, wo die Gasdämpfe dann wieder zurückführt werden in den Körper. Das ist ein Magnetventil. Das macht auf und zu. So laut? Ja. Der große Vorteil gegenüber einem normalen Straßenprofil ist halt, dass du diese riesigen freien Flächen hast, wo sich nichts festsetzt. Ich habe auf allen Autos All-Terrain-Reifen drauf und mit denen kann ich eigentlich 95% der Strecken fahren. Und wenn ich weiß, dass es schlammig, Schnee oder sonst irgendwas ist, dann lege ich mir die Ketten ins Auto und mit denen kann ich dann die letzten 5% meistens fahren. Also das ist halt meine Philosophie, weil halt wie gesagt 95% der Straßen und Schotterwege und Feldwege und alles, auch bei trockenen Bedingungen, passt super mit den Reifen. So, während der Paul die Ketten wieder runter nimmt. Einen Tipp noch, ja. Normalerweise, wenn du im Schlamm unterwegs warst und du nimmst dann die Ketten runter, dann sind die Ketten voll mit Schlamm. Ja, und dann ist die Frage, wohin damit? Also wenn du dir vorher schon irgendein Gefäß überlegst, wo du es reinschmeißen kannst, bis du zum nächsten Bach kommst, dann ist das sehr schlau. Im Notfall kann man es natürlich beim Beifahrer zu den Füßen einfach hinschmeißen, aber dann ist der Beifahrer meistens nicht so glücklich. Und wir fahren jetzt da drüben oben in die Berge rein. Man sieht es von hier vielleicht ein bisschen schlecht, aber damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Das war jetzt, glaube ich, genug Abenteuer für eine Episode. Und nächste Woche geht es dann wieder richtig schön zum Offroaden. Damit machen wir dann weiter. Also, Like nicht vergessen, Abo dalassen und einen Kommentar schreiben. All diese wichtigen Dinge für mich, damit wir hier weiterhin kostenlose zur Verfügung stellen können. Und wir sehen uns dann in einigen Tagen wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.